Jetzt machen wir 5 Minuten Pause, weil die Athleten müssen sich einfach ein bisschen wieder regulieren und die nächste Person. Aber anfangen sie wenigstens für die nächsten Kilo. Auch noch einmal zur Suche in der Salle, wir haben draußen einen Lippen-Challenge, hier in der Statistik ist auch der Dandelabwehr. Und jeder, der nicht mehr, der nicht mehr hat die Kilo, der nicht mehr, der nicht mehr, der nicht mehr, der nicht mehr, der nicht mehr ist, der nicht mehr. Und mit dem Bild habt ihr euch vorhin nicht zu gestiegen oder anderen und mit dem Bild habt ihr ja große, mit dem schwarzen Ring steht. Da könnt ihr euch heilig sagen, der Frustenlose, gesponsert, mit einem Beton. Und mit dem Bild habt ihr beides, liegt der Frustenlose. Alles klar. So, wie gesagt, wir waren nur noch 2 Minuten, da geht's mit diesem wichtigen Vorweiter, der von vielen mal besponsert wird. Heilig! Was schießt ihr das? Was schießt ihr das? Was schießt ihr denn die Einheit oder die anderen die Schüge, die einen nicht zugekommen sind? Was ist das? Ich habe den Kopf in die Brüder! Aber jetzt nichts! Alles klar! Nein! Ich habe nichts gebraucht! Ich habe nichts gebraucht. Also es ist so. Tino, du bist ein Elektronetor und bist ein Gero-Fotowatt-Watt-Watt-Gruppe. Der hat euch schon viel gespielt. Ja, ich habe das nicht. Ich habe das nicht gehört. So, jetzt sind wir wieder bei unserem 40-jährigen Wieschlecker, 40 Kilo auf, seit drei Verlangen. So, jetzt sind wir wieder bei unserem 40-jährigen Wieschlecker, 40 Kilo auf, seit drei Verlangen. So, jetzt sind wir wieder bei unserem 40-jährigen Wieschlecker. So, jetzt sind wir wieder bei unserem 40-jährigen Wieschlecker. Lang, also hat es sehr gute Technik für das Hip-Kampf-Bank-Tugel. Start! Press! Jawohl. Heute noch ein bisschen zu schwer. Beim nächsten Mal praktisch stimmt's. So, 112,5 Kilo. Für die Rennpass sind nicht mal ein Problem. 112,5 Kilo. Und übrigens, Leute, das funktioniert nicht. Mit Jack Daniels, Tennessee Whiskey. Und wer eben den T-Shirt hat, ich denke mal, es wird sie relativ selbe ausprobieren. Der Jack Daniels. Ich kann Whiskey trinken, ich trinke Wodka. So, genau. Hier wahrscheinlich auch einer ist, denke ich mal. Und wir wollen jeder T-Shirt haben. Aber die sind bequem. Okay. Also, 112,5 Kilo. Also, 112,5 Kilo. Treff. Und das ist recht. Fertig. Und das ist recht. Der Jack Daniels. Der Jack Daniels. Der Jack Daniels. Und das ist recht. Die sind richtig. Ja, das steht auch. Oh, das ist gut. Okay, jetzt kommt! Leider unwillig, jetzt 130 Kilo für Jonathan Riegelstein, bei 73 Kilo Raumgewicht, vom Power aus Ludwigsburg, macht das Ganze am Paunenetz so lang, aber bei mir in beiden Studios ist er da fest, denn es ist auch hier überall. Und dann, 130 Kilo bei 75 Kilo Raumgewicht, aus dem Weg, 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 schieb nach hinten, komm nach hinten, schade, schade. So, dann 190 Kilo für André und Wendor, auf geht's, auf geht's, auf geht's! So, wie gesagt, 190 jetzt, für unseren Kampfbrecher und Feldmeister André Musterickau. Und, äh, probiert sich jetzt, nach 3 und 2, noch mal, das ist der Wendor. Und, äh, probiert sich mal weiter. Das ist der neue Bestmeister von André und 190. Hat er glaub ich noch nie geschafft. Also, bin ich mal gespannt, auf geht's André! Hoi! Ja, hoi, André, komm! Auf, kommt! Und jetzt, r'beist noch mal. Eins, guck rein! Start! Jawohl, komm! Fest! Nein, 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 nein. Schade, ganz, ganz knapp. Also immer her. Die meisten Leute, die ich nicht kennen, müssen wir was erklären. Eigentlich ist es so ein Blätter, auch wenn es so kantig ist. Einfach, damit ihr euch die ganze Ablässe mit ihm auflassen könnt. In dem Moment, was ich sehr gerede. Wenn wir die so sehen, weil es Schluss war eigentlich. Also sehr gut, nichts. Ich bin der Trainer weg, glaube ich. Und wie gesagt, ich schluchte mich. Das war's. Das war's. Das war's. Jetzt kommen wir zu 195 Kilo. Wie gesagt, 195 Kilo gibt's wahrscheinlich wenige, wenn ich schon hier trinke. Aber ich, ich kenne auch ein paar. Und ich kenne keinen mit 72 Kilo. Wo da rund über 190 Kilo schiebt. Also das ist schon, äh, auch für Leute, die sind auch spart ausgehen, ne. Wirklich, äh, außergewöhnliche Leistung, ja. So. Also, was sage ich auch. 195 Kilo liegen auf. Ja, super. Okay. Okay. Ich freue mich mal in die Hand. Das ist schön, die 72 Kilo und die 93 Kilo. Sicherlich, Berlin, äh, top 30. Das ist schon. Das ist gesamt. Das geht nicht so. Woher? Ich bin der Mann, der Mann! Ich bin der Mann, der Mann! Und der Mann! Bravore! Was war's? Rez nach hinten! So, wir machen jetzt 15 Minuten Pause, dann 13.45 Uhr geht es weiter mit den Dickel-Jungs. Hier haben wir selber schon ein paar Aufnahmen. Der eine oder andere hat schon dauerhaft wieder erlebt. Hier haben wir noch nichts durch. Das war schon mal der 2. Wollen wir jetzt? Wollen wir jetzt auf der Tür und wer nicht einfach aufhören und wir müssen uns aufhören. So wie kommen wir da bitte? Komm. Komm, komm. Komm, komm. Wir wollen jetzt mit der Tür, die sich aufhören. Nein, nein…